Was ist der Fachgebiet? Ja, verehrte Teilnehmer, ich freue mich jetzt nur mehr mit Christoph Felgentreu, einen anerkannten Spezialisten anzukündigen. Sein besonderes Fachgebiet sind die Untersaaten und Zwischenfrüchte, die sich ja bekanntlich positiv auf Mikrobiologie und Bogenstruktur ausüben. Durch sein Studium der Pflanzenproduktion und auch das Zusatzstudium der Futterproduktion kombiniert mit seiner langjährigen Arbeit auch als Fachberater des DSV hat er sich ein riesiges Fachwissen angeeignet, dem man wahrscheinlich mehrere Tage zuhören könnte. Er gibt es sehr gerne in Fachvorträgen weiter und schreibt auch den einen oder anderen Fachartikel in Fachzeitschriften. Ich habe ihn persönlich schon mal gehört und ich freue mich deswegen sehr auf seinen Vortrag zum Thema Zwischenfrüchte und Untersaaten für den Boden. Bitteschön, Herr Fekrein. Ja, vielen Dank, Herr Ammerler. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und ich darf mich ganz herzlich auch bedanken, dass ich hier sein darf und hoffe auch einen kleinen Beitrag zu dieser wertvollen Veranstaltung heute leisten zu können. Mein Thema ist Zwischenfrüchte und Untersaaten für den Boden. Herr Rösel hat es ja gerade eben schon angesprochen, aber ich werde jetzt nicht erzählen, wie man Zwischenfrüchte ins Feld stellt oder Untersaaten etabliert. Ich denke, das sind alles Landwirte hier, die heute das oder die Systeme beherrschen, sondern wir werden eher der Frage nachgehen, welchen Nutzen kann der Landwirt aus der Art den Systemen ziehen. In welche Richtung geht es und auch ein paar Handwerkzeuge mal in die Hand nehmen und wir werden auch sehen und hören, dass der Zwischenfruchtanbau oder die Untersaaten allein nicht die Lösung sind, sondern wir haben heute ja schon von den Vorrednern viele Ansätze gehört, alles hängt mit allem zusammen und das ist wie so ein Räderwerk und muss ineinander vernünftig verzahnt werden. Ja, das ist ein schönes Bild für die Außenwirkung. Wer ist DSV? Zunächst erstmal, wo komme ich her? Ich komme aus dem Nordwesten Brandenburgs, also bin der Preuße hier in Bayern. Das ist auch nicht so einfach, da habe ich schon mal eine schwierige Stellung. Aber hier oben betreibt die DSV eine Niederlassung mit zweieinhalb Hektar Versuchsfläche und auf dieser Versuchsfläche machen wir in erster Linie Pflanzenernährungsversuche. Ja, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das, was wir heute schon in einigen Beiträgen so am Rande, teilweise direkt vor allem von Josef Hegler gehört haben, ganz wichtig ist die Frage der Nährstoffbalancen, wie gehen wir damit um und wir haben jetzt mittlerweile über 20 Jahre Erfahrung gesammelt, auch mit dem Kinsey-System, mit Unterfrauner, mit anderen Systemen, die wir also abgetestet haben und ich glaube, hier liegen die größten Reserven in der Nährstoffbalance. Nährstoffbalance im Boden und dann eben über dem Boden die Pflanzen ernähren. Das ist also auch unsere Philosophie an der Stelle. DSV ist klassisch seit 1923 Gräser und Zwischenfruchtzüchter, also auch kleinkörnige Leguminosen gehören natürlich dazu, nach dem Krieg dann als Rappzüchter bekannt geworden, auch über den Rappulring. Nach der Wende Getreidezüchter und ein bisschen Mais akquirieren wir auch, da züchten wir nicht selber. Das soll zur DSV reichen, mehr Zeit haben wir jetzt nicht. Ich persönlich vertrete die Zwischenfrüchte und hier insbesondere unser Programm Terra Life. Terra ist der Boden, Life ist das Leben. Und wir versuchen das Bodenleben über innovative Zwischenfruchtmischungen, biodiverse Mischungen, die eine haben wir vorhin schon gesehen bei Josef Hegler, die biodiverse, die wir im Moment haben mit 13 Komponenten, ab nächstes Jahr 14 Komponenten, versuchen wir dem Boden das zurückzugeben, was wir durch die Monokultur, den Weizen oder den Dinkel oder was auch immer entnommen haben und versuchen den Boden so vorzubereiten, dass die nächste Kultur den größtmöglichen Benefit davon trägt. Das ist also das, was da als Philosophie dahinter steckt. Ich komme viel rum in Deutschland und dann sitzt man so morgens im Hotel und frühstückt und liest dann so die lokale Zeitung. Hier mal, leider hier oben nicht mehr zu sehen, die Rhein-Neckar-Zeitung in Baden-Württemberg und dann blättert man so die Zeitung durch und dann kommt man zum Schluss auf der Rückseite auf eine Kinderseite und das hat mich also total gewohnt, warum gibt es immer weniger Insekten und hier steht es, Giftstoffe, Dünger auf den Feldern, Monokulturen, das heißt die Kinder, unsere Kinder lernen schon, dass Landwirte böse Menschen sind. Das sollten wir so nicht stehen lassen, sondern ich denke, alle, die hier im Raum sind, arbeiten anders und bewusster und die Vorträge bis jetzt haben es ja auch gezeigt, dass wir uns schon große Gedanken machen, wie geht es weiter, vor allen Dingen, wie können wir diese Anteile, vor allem des chemischen Einsatzes, des Düngeeinsatzes reduzieren und gibt es möglicherweise alternative Systeme und auch das hat ja gerade Herr Simmel auch sehr eindrucksvoll dargestellt, dass solche Systeme auch tragbar sind und man kann da also auch Geld verdienen letztendlich. Aber aus dieser Ecke müssen wir raus und wenn unsere Kinder jetzt schon so erzogen werden, dass Landwirte böse Menschen sind, dann haben wir natürlich ein Problem an der Stelle, ein Imageproblem und daran müssen wir natürlich auch arbeiten. Das Zweite, was also akut ist und das haben dies Jahr wieder viele Regionen in Deutschland zu spüren bekommen, Landwirte, hier steht Naturgewalt, das ist jetzt ein gewaltiger Ausdruck, ja im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir haben mit Wetterextremen zu tun, die eben anders sind als noch vor 30, 40 Jahren. Stärkere Niederschlagsereignisse, Sturm, Trockenheiten, so wie wir sie dies Jahr in vielen Regionen Deutschlands erlebt haben und da müssen wir dem Boden eine gewisse Fitness zurückgeben. Das heißt, die Bodenfitness steht eigentlich im Vordergrund, um solche Extreme abzupuffern. Da wo ich herkomme, sind gute Böden, haben etwa 35 bis 40 Bodenpunkte, das sind unsere besten Böden schon mit. Es gibt ganz selten mal Böden, die vielleicht 45, 50 Bodenpunkte haben, es sind aber so ganz kleine Landschaften, Uckermark, Nauner Platte, in Flemingen, ansonsten sind wir auf Sandböden zu Hause. Beregnung gibt es bei uns so gut wie gar nicht, nur ganz wenige Betriebe, die in Beregnung investiert haben, aber wir sehen heute, dass die innovativen Betriebe, die also vor allem in Fragen Bodenfruchtbarkeit vorne sind, dass die sehr, sehr sicher produzieren, auch unter den Bedingungen des Jahres 2016. Das heißt also, 70, 80 Dezitonnen Weizen auf einem 35er Boden 2016 sind Erträge ohne Beregnung, die sich sehen lassen können. Die Bördebauern auf 80er, 85er, 90er Böden haben nur 10, 15 Dezitonnen mehr geerntet, haben aber ganz andere Pachten zu bezahlen und haben andere Grundkosten, weil sie viel mehr investieren in ihre Erträge, weil sie ja höhere Ertragserwartung haben. Und das zeigt eigentlich, dass die Bauern von leichten Standorten oftmals innovativer sind, als die von besseren Standorten. Aber der Niedergang der besseren Standorten, der ist auch schon zu beobachten. Nicht alle guten Standorte sind noch gut und nicht alle werden gut bleiben, wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir es teilweise draußen sehen. Ich komme gleich direkt, falle ich mit der Tür ins Haus. Das sind einige Probleme des Jahres 2016, hohe Temperaturen. Hier mal ein unbewachsener Boden, der relativ frisch bearbeitet ist. Hier ein bewachsener Boden, einfach mal eine Grasuntersaat, die wir dort stehen gelassen haben. Und dann gucken wir uns mal die Bodentemperatur an. Im Schatten um 14.40 Uhr waren 35,2 Grad, also extrem heiß, also ein heißer Sommertag. Links bewachsen, rechts unbewachsen, wir haben links 22 Grad. Und hier, das ist also dieses Messinstrument, das digitale hier, 37,6 Grad in 5 Zentimeter Bodentiefe. So, in 1 Zentimeter Bodentiefe haben wir 50 Grad und in 1 Zentimeter bewachsen 26,3. Und etwa 25 Grad Bodentemperatur ist sie die obere Grenze für die Bodenbiologie, für eine optimale Bodenbiologie und für optimales Pflanzenwachstum. Ab da, ab 25 Grad etwa, können zum Beispiel pathogene Pilze eine Rolle spielen, eine stärkere Rolle als vorher, weil einfach die Gegenspieler dann sich zurückziehen. Und das sehen wir bei Kartoffeln insbesondere, ist ja eine Dammkultur, wenn die Dämme aufheizen, dann gibt es Rhizoktonia, Vertizilium, ähnliche Dinge, Phytophthora. Das sind alles Dinge, die zum großen Teil temperaturig steuert sind. Nicht von ungefähr gibt es Landwirte, zum Beispiel Franz Brunner in Österreich, der baut drei Hektar Wickrocken an, wir haben ja einen schönen Wickrocken eben gesehen, die Frau von Herrn Simmel war verschwunden. Er baut drei Hektar an und die baut er an für einen Hektar Kartoffeln. Das heißt, die Wickrocken wird abgehäckselt, wird auf die Kartoffeldämme gestreut und wird zur Kühlung der Dämme eingesetzt, aber auch zur Fütterung von den Tiefgräbern Lumbricus terrestris. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also Temperatur ist ein Thema. Die Fragen, die daraus resultieren, die sind sehr vielfältig und ich habe noch Platz für Fragen. Also wer noch Fragen hat, bitte schreiben wir noch welche rein. Wie hoch ist die Verdunstung des Wassers auf dem blanken Boden? Das, was wir da eben gesehen haben. Sind es diese berühmten sieben Liter im Sommer, die wir haben, die normale Verdunstung des Bodens, Evaporation des Bodens oder ist es mehr? Wie verhält es sich mit der Aufnahme bei Wasser, wenn es wieder regnet? Die Oberflächenspannung nimmt zu. Je trockener der Boden ist, kennt jeder, der Regentropfen kommt, rollt sich ein, rollt weg. Dann gibt es natürlich die Gefahr der Wassererosion. Der Winderosion sowieso, wenn der Boden trocken ist und bar dort liegt. Was passiert mit der Bodenbiologie? Die Frage haben wir jetzt schon angesprochen. In welche Richtung geht das? Und wie verändert sich der Verschleiß und der Zugkraftbedarf? Was müssen wir an Technik aufwenden, um diesen Boden zu bearbeiten, wenn wir den Boden bearbeiten müssen? Vielleicht können wir es überhaupt gar nicht, weil er so hart ist und trocken ist. So, was passierte mit der neuen Saat? Zwischenfrucht zum Beispiel oder dem Winterraps, der zu dieser Zeit eingesät werden muss? Denaturierung von Eiweiß, Fragezeichen. Wie sieht es dann aus, wenn ich einen Zentimeter abgelegt habe, in 50 Grad, bei 50 Grad laufen die Prozesse bereits. So, und wer stellt sich diese Frage denn? Temperatur gesteuert, wie viel Hummus geht verloren? Oder wie viel organische Substanz? Wer stellt sich die Frage? So, dann haben wir geguckt, was gibt es hier mal Alvarez in Argentinien? Das ist eine Braunerde. Das heißt, wenn wir über Klimawandel sprechen oder über Temperaturerhöhung oder über hohe Temperaturen im Sommer, dann ist genau das, was uns in Zukunft vielleicht erwartet. Argentinien ist ja schon mal wärmer. Und da sehen wir hier eine ganz enge Beziehung zwischen Temperatur, auf der einen Seite der Bodenbiologie und der Biologie, die dafür sorgt, dass wir Kohlenstoffverluste im Boden bekommen. Das heißt also, wenn wir hier mal reingucken, so ab dieser berühmten 25 Grad geht es steil nach oben mit den Kohlenstoffverlusten. Josef Hegler macht einen Deckel drauf, das heißt, der walzt und versucht diesen Kohlenstoff da drin zu lassen. Der Weg ist das Ziel. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Diese Kohlenstoffverluste sind Verluste an organischer Substanz. Und wenn wir ein ganz großes Pech haben, vielleicht sogar Verlust an Dauerhumus. Das ist fatal. Also Temperatur nur als ein Begleitmerkmal. Was passiert denn jetzt in diesem sterilen Boden? Dieser Versuch, der hier gelaufen ist, ist aus einem ganz anderen Hintergrund praktisch gemacht worden. Man wollte gucken, wie ist denn der Infektionsweg von Fusarium? Und da hat man den Boden beimpft, vom Prinzip her mit Fusariumsporen. Dann hat man befallene Maisstoppel als Quelle oben aufgelegt. Und dann hat man den Boden sterilisiert. Also sterilisierten Boden daneben. Und was wir sehen, ist, dass unter sterilen Bodenverhältnissen die höchste Infektionsrate war. Und wir können sehen, dass nicht nur die Halmbasis befallen war, sondern dass über den Weg, also dass die Pilze den Weg praktisch auch durch das Pflanzengewebe bis hoch ins Korn suchen. Also nicht eine Infektion, die von außen kommt, durch Sporenzuflug, wie wir uns das mal vorstellen, oder durch Regen, dass die Sporen durch Regen nach oben gebracht werden, sondern die Infektionswege sind durch die Pflanze durch. Dieser Boden, der nicht steril ist, puffert also die Pathogene viel stärker ab. Das heißt, wir haben hier Gegenspieler im Boden, die eine Infektion zurückhalten. Zwar nicht ganz verhindern können, aber die Infektion deutlich zurückbringen. Und wenn wir uns mal die Donniehalter angucken, das ist alles Ware, die man hier noch verkaufen kann. Die kann man hier nicht mehr verkaufen. So, anderer Zusammenhang zwischen Temperatur und Pathogenität von Pilzen ist der hier der Schwarzbeinigkeit. Auch hier sehen wir sehr schön, wir haben hier die Temperatur, wir haben hier wieder unsere berühmten 25 Grad und hier sehen wir schon, der Boden praktisch unsteril. Haben wir eine gute Pathogenabwehr, ist er sterilisiert, haben wir so gut wie keine Pathogenabwehr. Das heißt, der Pilzdruck bleibt. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang mit der Temperatur. Das heißt, die Temperatur unserer Böden spielt eine große Rolle. Und was machen wir? Wir dröschen unsere Getreide im Hochsommer und dann machen wir sofort Stoppelbearbeitung und lassen die liegen. Ausfallgetreide muss ja aufwachsen. Und das ist genau der Punkt. Unter solchen Bedingungen werden wir eine Zunahme an pathogenen Pilzen im Boden zu erwarten haben, in der Regel. Und da kann zum Beispiel, und da ist die Untersaat natürlich ideal, wenn die Treide vom Feld geht und da steht wieder eine Untersaat drunter, ein Kleegras mal als Beispiel, dann habe ich natürlich gleich eine Schutzdecke wieder und eine Temperaturregelung. Und ich habe sofort das Weiterlaufen der Biologie garantiert. Mit all den Vorteilen. Wer Zwischenfrüchte anbaut, klassisch, der muss an der Stelle sehr schnell sein. Das heißt also, ich muss sehr schnell meine Bearbeitung machen und wir empfehlen an der Stelle sofort nach dem Mähdrosch direkt, ja, auf guten Böden, so wie wir den hier sehen, kann man direkt die Zwischenfrucht reinsehen, ohne Zeitverzug. Am gleichen Tag am besten. Mähdroscher, Grillmaschine, eine Einheit. Vorteil, Ausfallgetreide hat keine Chance. Nachteil, ich habe durch Direktsaat, der Zwischenfrucht, wenig oder keine Mobilisierung an Mineralstoffen aus dem Boden, durch das Belüften. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, wenn ich in den Boden eingreife, feiere ich so ein bisschen die sogenannte Mineralisierung an. Das habe ich nicht. Das heißt, ich muss mir überlegen, ja, wie kann ich meine Zwischenfrüchte dann auch entsprechend mit Nährstoffen versorgen, wenn die Vorkultur nicht ausreichend hinterlassen hat. Oder ich bin in einem Zustand, so wie hier, ja, dass der Boden per se ein hohes Nachlieferungsvermögen hat. Wenn ich also 5%, 6% Humus bin oder organischer Substanz, dann ist das kein Thema mehr. So, und jeder kann sich hier aussuchen, wo er sitzt, in welcher Landschaft. Das sind Fakten, die kann man nicht vom Tisch weisen. mittlere Jahressumme der Verdunstung von 61 bis 90 als langjähriges Mittel und hier mal von 81 bis 2010. Und wir sehen, Signalfarbe Rot, wir haben viel, viel höhere Verdunstungsraten. Klar, wenn die Temperatur steigt, wenn die, sagen wir mal, die Windtätigkeit insgesamt zunimmt, Temperatur plus Wind ist natürlich dann der Verdunstungsfaktor viel, viel größer. Ja, und wir haben nun mal Regionen, vor allem hier in Ostdeutschland, ja, aber auch Teile unter Franken ist ja immer wieder betroffen. Hessen gibt es große Teile, ja, die sehr stark von der Trockenheit im Sommer betroffen sind. Und Hitze, Trockenheit, Verdunstung heißt natürlich dann entsprechende Wasserdefizite auf unseren Ackerflächen. Heute gibt es moderne Technik, jeder hat so ein Smartphone, da kann man sich so eine Infrarot-App runterladen und da kann man mal selber gucken, was kann ich denn als Landwirt leisten, ja, hier eine Zuckerrübe, die eben kühl ist und hier eine, die eben, ja, vertrocknet ist. Und je trockener es wird, je problematischer wird dieser Teil der Fläche, die rappelt sich hier immer wieder auf. Und wenn wir mal sehen, die Temperaturen, ja, hier 24 Grad, 25 Grad in der Spitze, hier geht es über 40 Grad in der Spitze. Das heißt, die hat gar keine Chance mehr, wenn es weiter trocken bleibt, wird diese Rübe kaputt gehen beziehungsweise keinen Ertrag mehr bringen. Da sieht man schon mit bloßem Auge, dass das Ertragsrelevanz hat. Ja, und auf dieser Seite nicht. Also Boden fit machen, Boden kühl halten und versuchen immer etwas am Wachsen zu haben. So, da geht natürlich gleich die Frage um, ich habe große Angst davor als Landwirt. Wir haben es ja schon vorhin eine Diskussion kurz gehört, unter Franken war es, glaube ich. Das ist ja so die Sorgengegend mittlerweile in Deutschland. Was passiert denn, wenn ich denn eine Zwischenfrucht aussehe, nochmal zusätzlicher Wasserverbrauch? Jein. Gernot Botner ist ein österreichischer Wissenschaftler von der Boku Wien, der, glaube ich, mittlerweile 17 oder 18 Jahre dort in Hollerbrunn, das ist eine der trockensten Landschaften Deutschlands, gearbeitet hat und hat genau die Parameter Evaporation, Transpiration gemessen. Und dann eben hier die Summe gebildet aus den beiden, die sogenannte Evapotranspiration. So, und es gab zwei Jahre, die konnten unterschiedlicher nicht sein. 2004 extrem sommertrocken, so ähnlich wie dies hier, kann sich noch der eine oder andere daran erinnern. Und 2005 genau das Gegenteil, es war sehr nass im Sommer. Wir mussten die Ernte so vom Feld klauen. Das war also genau das Gegenteil. Und deswegen sind diese beiden Jahre sehr interessant, weil die Versuche liefen parallel gleichermaßen durch, nach Sommergerste. Schwarzbrache, Transpiration null, weil keine Pflanzen da waren, wurde immer schwarz gehalten, alle 14 Tage wurde bearbeitet. Hier Fazelia, Winterwickel, Grünrocken, Gelbsimpf. Und wir sehen, auf der Schwarzbrache hat man 134 Liter Wasserverlust in der Zeit. Das wurde gemessen mit entsprechenden Geräten. Und hier unter diesen Zwischenfrüchten gibt es natürlich auch einen Wasserverbrauch, aber der ist deutlich jeringer als bei der Schwarzbrache. Und wenn man jetzt die Transpiration sich anguckt, also das, was die Pflanzen an Wasser fürs Wachstum verbraucht haben in dieser Zeit, dann sehen wir, dass wir beim Gelbsimp so viel verbraucht haben wie die Schwarzbrache. Und bei den anderen drei Zwischenfruchtkulturen hier annähernd und hier deutlich weniger als die Schwarzbrache. Das heißt also, wir haben hier diesen Zusatznutzen, eine Zwischenfrucht stehen zu haben, den Boden zu kühlen, vor Verdunstung zu schützen und wir haben eine Belebung der Bodenbiologie gleichzeitig. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir eine Schwarzbrache mit all den Folgen, die ich schon eingangs genannt habe. Im anderen Jahr war es genau andersrum. Da hatten wir also sehr viel Nässe und da haben wir mit den Zwischenfrüchten gemeinsam mehr Wasser verbraucht als die Schwarzbrache. Und das ist ja auch gut so, wenn wir Wasserüberschuss haben, dann können wir also Wasser vom Prinzip hier in Pflanzenwachstum investieren. Ohne Gefahr zu laufen, dass die nächste Kultur zu wenig Wasser bekommt. Also es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Wir müssen nur bei der Erstellung der Zwischenfrüchte aufpassen, dass wir da nicht Wasser verbrauchen. Das heißt also, wer stark mit Bodenbearbeitung eingreift, noch einen Stoppesturz macht, Ausfallgetreide auflaufen lassen, noch mal eine Bearbeitung, dann drillen, da bin ich 40, 50 Liter los. Und das kann zur Folge haben, dass meine Zwischenfrucht gar nicht mehr aufkeimt, weil es Keimwasser nicht mehr da ist. Und dann bin ich unzufrieden. Ja, weil ich dann habe ich eine schlechte Zwischenfrucht, habe viel Geld investiert, viel Zeit und habe nicht den Erfolg. Und das sind die Zusammenhänge. Ja, was spielt noch eine Rolle? 2012 hatten wir die Jill Clapperton bei uns und die Amerikaner haben ja immer so, ja, die sprechen gerne so in Bildern und weil Landwirte, amerikanische Landwirte sind ja anders, sie sind ja nicht so innovativ wie deutsche Landwirte und denen muss man vieles bebildern oder mit Bildersprache beibringen, dann merken sie sich das. Hier eine langjährige Wohnbearbeitungsplatzelle, also hier pflügt, hier eine Direktsaat ohne Zwischenfrüchte, dann unterm Zaun, wo wir generell eine höhere Biologie haben und wurde so eine Baumwollunterhose vergraben und wir sehen hier eine langjährige Direktsaat mit Zwischenfrucht, da sind nur noch die Gummis übrig, also das ist jetzt Stringtanga, heißt das glaube ich. Ja, jetzt weiß jeder, wo die Frauen das her haben und dann hat die Direktsaat langjähriger Zwischenfrucht, da stellt man die her. Was sagen uns die Bilder? Die Bilder sagen ganz einfach, ja, wenn wir uns Gedanken machen über Pflanzenbausysteme, ja, dann geht das mit der Bodenbiologie relativ rasch. Ja, das geht relativ schnell. Ja, das ist die Natur, wir haben die Atmosphäre mit Stickstoff und CO2 dort drinnen, haben wir euch schon gehört, hier oben unten haben wir den Boden und der Boden ist normale Natur, die Senke eben für Stickstoff und CO2. Je nachdem, wo wir sind, in welchen Bereichen, ja, sind wir in den Tropen, ist das relativ, ja, gering, was da passiert. Hier in unseren Arinbreiten haben wir sehr, sehr hohe Chancen, hier sehr viel Stickstoff und Kohlenstoff im Boden zu speichern. Das läuft auch unter Wald, unter naturbelassenen Flächen sieht man das sehr schön und was wir als Problem heute sehen, ist, dass wir den Boden zur Quelle gemacht haben und die Atmosphäre zur Senke. Bei N sind es eben vor allem die Lachgasemissionen, die heute eine Rolle spielen, ja, ob CO2 nun klimarelevant ist oder nicht. Das werden wir da hingestellt, wollen wir, ich möchte mich da nicht daran beteiligen an der Diskussion, aber Fakten sind nun mal eindeutig, dass wir eine Zunahme haben an CO2 und dass wir einen Verlust an Humus haben und diesen Verlust an Humus zeige ich immer gerne an diesem Bild, weil die Schichte dazu ist ganz einfach, hier steht ein Bauernhof mit einem Stall und das ist die Hofkoppel gewesen und das sind Spargelbauern, die schon ganz heiß sind auf diese Fläche, ja, dann können sie die auch noch abarbeiten und wir sehen, dass solche Linien in der Natur nicht, die gibt es in der Natur nicht, das ist Menschengemacht, das heißt, das ist der Unterschied zwischen dem, wie wir Boden bewirtschaftet haben, das war eine Grünlandfläche, eine Hofkoppel, die seit jetzt mittlerweile fünf Jahren beackert wird und da sind wir mal hergekommen. Wer da mehr drüber wissen möchte, der alte Thea, Daniel Thea hat vor 170 Jahren die Brandenburger Bühnen untersucht, ja, wir haben nicht 50, nicht 60, wir haben 75 Prozent des Humus in 170 Jahren abgebaut, im Schnitt in Brandenburg, deswegen heißt ja Brandenburg auch Brandenburg, verbrannt. So, ich habe mal eine Betriebsphilosophie eines Landwirtes mitgebracht, das ist unser Nachbar und Betriebsphilosophie zur Steigerung und Stabilisierung des Humusverhaltes beziehungsweise der Bodenbruchbarkeit und bei dem steht ganz oben Gründigkeit, 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 Gründigkeit. Wie misst er die Gründigkeit? Mit einer Bodensonde, indem er also regelmäßig alle zwei, drei Jahre seine Flächen abläuft. Im Frühjahr, wenn der Boden wassergesättigt ist, sonst kann man es nicht machen, läuft er die Flächen ab und guckt, ist alles in Ordnung und erstellt dann eben immer die Karte, da wird es eingezeichnet, geht meine Bodensonde leicht rein, wie tief geht es rein, wo sind mögliche Störhorizonte. Maximale Rizosphäre, den Begriff hat Herr Falter heute schon erklärt, kann ich mir sparen. Das heißt, ich erreiche nur eine Maximierung der Rizosphäre, wenn ich viel Wurzelwerk habe, also sehr viele Wurzeln, Feinwurzeln vor allem. Das heißt also, es muss immer was am Wachsen sein und sonst geht auch einen hohen Feinwurzelanteil. Das heißt also, Vielfalt in den Wurzelsystemen. Die Natur kennt keine Einfalt, die kennt nur Vielfalt. Fruchtfolge, inklusive Zwischenfrischung, extrem wichtig. Dieser Betrieb hat eine neunfällige Fruchtfolge, eine neunfällige, grün in grün. Ganz selten mal, für ein paar Tage sieht man mal einen schwarzen Acker und dann, da wächst dann schon wieder was. Also immer was am Wachsen. Ständige Bodenbedeckung, Maximierung des Bodenlebens insgesamt, Flurgestaltung wird gemacht, die großen Flächen, wo viele neidisch sind, da drüben im Osten, ehemalige DDR, die haben da Flächengrößen, 100 Hektar in einem Stück, der macht diese Flächen wieder kleiner. Er hat, also seine größte Fläche ist vielleicht noch 15 Hektar. Da werden Hecken gepflanzt, da werden Riegel zwischengemacht, Wasser wird reguliert, das verschwindet mein Mikrofon. Das heißt, er geht genau den umgekehrten Weg, weil er gemerkt hat, die große Fläche alleine ist es nicht. Wir müssen kleinstrukturierte arbeiten, weil einfach Asynchronität innerhalb einer Flur, einer Feldflur, für stabilere Verhältnisse auf meinem Acker sorgt. Auch neueste Forschungsergebnisse ist jetzt veröffentlicht worden, sechs Länder haben daran gearbeitet, Asynchronität ist wichtiger als Biodiversität. Habe ich auch nicht gewusst bis dahin. Wir waren immer der Meinung, Biodiversität steht ganz oben, Asynchronität ist viel wichtiger. Und wenn wir das mal auf die kleine Fläche runterbrechen, Sepp Braun ist ja hier ein innovativer Biolandwirt in der Nähe von Freising, der macht genau das. Er verursacht bewusst Chaos auf seiner Fläche. Chaos heißt, ein chaotisches System heißt, er hat eine Mischkultur, seine Hauptkultur, nehmen wir mal einen Dinkel und da drinnen wachsen gezielt Wildkräuter, die ihr da rein seht, sieben, acht verschiedene. Und genau das kann auch eine Zwischenfrucht. Hier entsteht ja auch Chaos. Wenn ich 13 Komponente habe, habe ich chaotische Verhältnisse auf meinem Quadratmeter. Es steht ja nichts in Reihe und Glied, es steht ja alles durcheinander. Und das sind ganz stabile Systeme in sich schon. So, und jetzt, Frau Professor Krüger sitzt hier, die ja auch jetzt hier gleich den Zusammenhang sieht zwischen dem, was wir auf dem Acker machen und das, was im Tier passiert. Das ist unsere Tierleistung, unsere Milchleistung oder unsere Fleischleistung. Das ist, wenn wir mal auf die Kuh das beziehen, das ist unser Grobbfutter, gesundes Grobbfutter. Warum greifen Tierproduzenten in den Mineralstoffsack? Ja, die Frage ist ja heute schon mal gestellt worden. Die Natur kann es nicht. Ein Reh oder ein Hase, die machen es nicht. Aber die suchen sich genau das an Kräutern raus, wo eben diese Mineralien drin sind. Machen unsere Kühe übrigens auch, zeige ich gleich noch. das heißt also, Grobbfutter, das hier ist der Tierarzt. Ja, das ist der Tierarzt. Das hier, ja, kann Stallklima oder sonst was sein. Ja, und das hier ist vom Prinzip her unser Mineralstoffsack im Stall. Das heißt also, dieses Schema kann man auf unsere Tierproduktion genau übertragen. Hier muss hier arbeitet werden. Ja, hier müssen wir reduzieren, optimieren, wie auch immer, aus welcher Ecke wir kommen. So, zur Gründlichkeit, das machen wir weg, wenig Zeit. Zur Gründlichkeit, hier mal ein Beispiel, ein Güllebetrieb, ja, oder jetzt ein Gärestbetrieb, muss man sagen. Hier ist ein Dorf, ja, sieht man so verzettelt. Das heißt, hier ist die Einfahrt, ja, oder hier kommen die Güllefahrzeuge und dann fahren die hier rum, ja, fahren hier rum, hier rum, um hier ihre Gülle auszubringen, ja, oder hier hinten rum, oder wie auch immer. Und wir sehen hier 107 Dezitonnen, hier 77, hier 12, hier 16, hier 47, das ist eine Tauschfläche, ja, aber wir sehen, im Schnitt haben wir 67 Dezitonnen. Die könnten aber irgendwo hier dazwischen liegen, auf der Gesamtfläche. Ja, und das sind Reserven, ja, die wir erschließen müssen, die müssen wir aber erst mal erkennen. In dem Falle, Medrosch-Attragskartierung, die gibt das her, ja, da sieht man dann nachher an solchen Karten, wo hängt es. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie kriege ich das minimiert, ja, Verschlauchung oder, anderes Wegesystem, andere Zufahrten, ja, also ich muss mir Gedanken machen, wie kriege ich das hin. Das ist ja eine Riesenfläche, wenn wir uns die gelbe Fläche angucken, wie groß die ist, ja, wo also nicht optimal geerntet wird. Selbst die Fahrspuren kann man hier noch erkennen, also Fahrgassen. Gut, Gründigkeit. Hier in Pfaffenhofen, im letzten Jahr war es, glaube ich, ein Seminar, Ökophysiologie des Wurzelraums, dieses berühmte Borg-Heider-Seminar, mit Professor Mehrbach, hier vor Ort, in der Nähe von Pfaffenhofen. Und hier war keine jeringere, als die Monika Sobotik aus Österreich, Assistentin von Lore Kutschera, ihr Leben lang im Wurzelbereich erarbeitet, und ich sage mal, die letzte ihrer Art. Ich darf das sagen, Monika und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Und hier sehen wir mal ein Mais, ja, und was wir sehen, was also sehr begeisternd war, der Wurzeltiefgang. Das heißt also, ein sehr grüniger Standort. Top, Mais geht zwei Meter nach unten, wenn man ihn lässt, das kann er. Aber wir sehen noch was anderes. Wir haben zwar, so die ein oder andere Wurzel, hier sieht man mal eine, ich hoffe mal, dass man das hinten erkennen kann, hier so noch freilich, das ist eine Seitenwurzel, die ist in der Horizontalen, hat sie versucht, hier quer zu wurzeln. Normal ist es, dass der Mais hier alles komplett durchwurzelt, den A-Horizont. Aber der ist so hart, so fest, da geht der gar nicht rein. Ja, das ist das Wort. Das heißt, hier sind Nährstoffe, hier ist Wasser, ja, hier ist aber keine Wurzel. Das heißt, die Ertragsfähigkeit des Bodens ist viel, viel höher. Ja, wir nutzen hier, wenn man das Wurzelbild sich anguckt, nicht mal die Hälfte. Und da müssen wir uns Gedanken machen, ja, woran liegt es? Ursachen suchen. Herr Rösel hat es ja in seinem Fazit gesagt, ja, gucken, wo liegen die Ursachen? Ja, wo liegen die Ursachen dafür? Ein Raps, ja, im Frühjahr, wann wurzelt der Raps? Wer jetzt seinen Raps nicht zwei Meter unten hat, der kriegt ihn da auch nicht mehr runter. Das ist jetzt passiert, bis zum Herbst, Schlusspunkt. Das ist hier im Mai, ja, im Mai Dr. Werner, hier in der Bodengrube, und zeigt, wo der Raps gerade mit der Wurzel ist. Ja, zwei Meter, zwei Meter, die Grundlage für Sicherheit, wenn es trocken wird. Ja, das ist bei uns in Brandenburg essentiell. Gründlichkeit ist essentiell. Ja, überlebenswichtig in trockenen Phasen. So, Beinigkeit. Hier mal sehr schön eine Strohschicht eingearbeitet, wie man es eben nicht machen soll. Eine Stinkgeschicht, Störhorizont, ja, und der Raps geht bis hierher. Dann habe ich den mal freigelegt, oben, wie so ein Archäologe, und da sieht man, ja, da wächst der, die Wurzeln wachsen zur Seite. Und sie wachsen nicht mehr nach unten. Im Frühjahr macht der Raps keinen Tiefgang mehr. Ja, selbst wenn dieser Störhorizont, aus welchen Gründen auch immer, weg wäre, der Raps bleibt da. Trockenheit, und schon kippt er um. dann habe ich etwas mitgebracht von Jay Fuhre aus den USA. Da war ich 2013. Und zwar geht es einfach mal um Folgendes. Ich meine, ob die Amis immer die Wahrheit sagen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber hier, der Gabe Braun, ich kenne den persönlich, ist ein ganz netter Kerl. Der hat also Folgendes hier mal gemacht. Und zwar, er hat 1993 seinen Betrieb auf Fluglos umgestellt. also No-Till. Ausgangs war 1,7% organische Substanz. Also nicht Humus, sondern organische Substanz. Mir ist der Begriff auch deutlich lieber. Weil, wenn man sich die Reihe hier anguckt, würde ich also über die Brücke Humus würde ich hier nicht gehen. Wir bleiben mal bei organischer Substanz, da ist das schon sehr viel vertrauenswürdiger. 1995 hat er eine Fruchtfolge eingeführt. Vorjahr nur Mais, 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 Monokultur. Fruchtfolge eingeführt mit Soja und Weizen. 2% Humus. Dann hat er Zwischenfruchtbau eingebaut. Also normal nur eine Zwischenfrucht. Dann ist er auf 3,1%. Dann hat er Mischungen eingesetzt. 4,2%. Er hat durch diese Mischung, durch eben diese Vielfalt, eine verlängerte Vegetationsperiode vom Prinzip hier erreicht. Inklusive auch Untersaaten. Dann hat er Viehbestand mit eingesetzt. Dann ging es richtig nach oben. Und dann auch große Vielfalt der Nutzpflanzen, inklusive Zwischenfruchtmischung und Viehbestand. Und dann ist er auf 11,1% organische Substanz. Da es ja ein Amerikaner ist, teilen wir das Ganze mal durch 2. Da sind wir bei 5,5%. Und dann wären wir wieder glaubwürdig an der Stelle. Aber ich will ihm ja nichts unterstellen und niemand etwas unterstellen. Aber das Prinzip, was hier genutzt wurde, ist schon überlegenswert. Das zeige ich mal. Und zwar dieser Viehbestand. Was macht der? Das nennt sich Mobgracing. Wir kennen ja heute den Flashmob. Das ist ein Flashmob mit Rindern. Da wird der Zaun gesteckt und dann laufen die wie blöd in diesen neuen Bestand. Und da bleiben die nur ganz kurze Zeit. Hier in dem Falle nicht. Hier durften die also richtig weiden. Ergebnis, da war nachher nicht mehr viel an Organik. Also wenig Kohlenstoff. So, anders hier. Hier sind die reingetrieben worden. Nur kurze Zeit. Und sind nach kurzer Zeit wieder rausgetrieben worden. Und hier haben wir eben viel Organik am Schluss übrig. Man sieht also immer, wo der Zaun so gesteckt wurde. Da rennen die gleich rüber. Und so wird dieses Mobgracing organisiert. Und das ist der Punkt. Viel Kohlenstoff bleibt an der Oberfläche. Ganz wichtig an der Oberfläche. Niemals grünes Material einarbeiten. Haben wir gehört heute schon ein paar Mal. Das ist kontraproduktiv. Weil wir mit unseren Pflanzenwurzeln, die Bodenbiologie so steuern, wie es nur Pflanzen eben können. Grünes Material in der Natur wird auch nicht eingearbeitet. Verändert diese Biologie. Und wenn wir Pech haben, ins Gegenteil. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wir wollen hier eine ganz klare Steuerung. Und wir wollen, dass dieses von oben nach unten eingearbeitet wird. Trocken kann man es auch mechanisch machen. Besser ist über Lumbricus terrestris, über Regensummer. So, wer keine Kühe hat, der kann Schafe nehmen. Die Botschaft ist, dies geht nur mit Wiederkäuern. Und die nächste Botschaft ist, ja nur Wiederkäuer, ja nur mit Wiederkäuern kann man aktiven Humusaufbau betreiben und beschleunigen. Das hängt einfach mit den Bakterien zusammen, die in den Exkrementen sind. Und zwar kann man das mal, da gibt es ein schönes YouTube-Video aus den USA, wie ist die Schwarzerde entstanden in den USA. 30 Millionen Jahre Ko-Evolution zwischen Wiederkäuern und Gräsern. Erst als die Süßgräser auf den Plan kamen, gab es Entwicklung der Schwarzerden dort im Mittleren Westen. Vorher nicht. Ja, und je mächtiger die wohnen, bis hin zu den Wisons, ja, je schneller ist diese Schwarzerde-Bildung letztendliche Wesen. So, also mit Schafen kann man es auch machen, sieht genauso aus. Ja, und übrig bleibt ein interessantes, nämlich relativ weites CN-Verhältnis. Und das ist wiederum wichtig für die Fütterung. Ich weiß nicht, wer es heute gesagt hat, Gülle auf Stroh darf man nicht machen. Wer war es? Wer war es? Du warst es, ja. Der größte Fehler. CN-Verhältnis eng geht überhaupt nicht. Wir müssen ein CN-Verhältnis organisieren. Wenn man es richtig machen könnte, müsste es so bei 24, 25 zu 1 sein. Das ist ideal, vor allem für die pilzliche Verdauung und für die Verdauung durch Actinomyceten. Das sind Fadenbakterien, die hat man früher mal als Extragruppe geführt, als Strahlenpilze, sind aber keine Pilze, verhalten sich wie Pilze, sehen aus wie Pilze, sind aber Bakterien. Und die leben von diesem Lignin. Und wenn ich jetzt ein enges CN-Verhältnis habe, dann gehen die weg, die sind gar nicht da. Und wir haben vom Prinzip her eine ganz wichtige Bakteriengruppe im Boden verdrängt, die für den Humusaufbau, sprich für den Aufbau des Bodens, zuständig sind. Die Chance, die wir haben als Landwirte, ist die, dass wir den sogenannten Klimawandel haben, CO2-Erhöhung in der Atmosphäre. Wir sehen hier in den letzten 60 Jahren ungefähr 80 ppm, 70, 80 ppm, die nach oben gegangen sind. Das heißt also 20% mehr als noch 1950. Und daraus erwächst natürlich auch eine Chance. C ist der wichtigste Pflanzennährstoff. Der allerwichtigste. Für die Pflanzenernährung ist Boa der allerwichtigste. Der zweitwichtigste ist Silizium, der dritte Calcium. Dann kommt Stickstoff. Und auch das hat der Josef Hegler heute sehr schön dargestellt. Diese ganze Frage der Bohrwirkung und so weiter wird ja völlig unterschätzt. Wir sehen hier mal eine Ertragskurve vom Weizen. Wir sehen hier die CO2-Kurve. Dann könnte man ja denken, der Ertragsfortschritt beruht auf den Anstieg an CO2. Maybe, muss man sagen, will mich daran jetzt nicht beteiligen, weil wir kommen aus dem Pflanzenzüchterhaus. Wir waren es gewesen. Der Landwirt sagt natürlich, ich war es. Aber okay, wir alle waren es. Aber hier gibt es sicherlich einen engen Zusammenhang. C ist der wichtigste Pflanzendinger. Das ist die wichtigste chemische Formel auf dieser Erde. Es ist nicht die alkoholische Gärung, wie viele meinen. Das ist einfach die Summenformel der Photosynthese. Das heißt Maximierung der Photosynthese-Leistung auf meiner Fläche. Über das ganze Jahr die Sonnenenergie in den Boden pumpen. Das ist die einzige Chance, die wir haben, um Bodenaufbau schnell zu betreiben. Riesen Energie-Mengen, die wir hier in den Boden bringen können. So wird es gemacht. Das ist ein Landwirt, ein Bayer in Brandenburg. So etwas gibt es auch. Er hat mittlerweile 800 Hektar. Peter Keim kommt oben von der Schwäbischen Alb, also an der Grenze zu Baden-Württemberg. Er ist also ein kleiner Geizkragen und das ist ja nichts Schlimmes. Der macht also Low-Input-Landwirtschaft und das ist in diesem Jahr in der Trockenheit eine Maismischung. Mais Pro heißt sie und die hat er direkt nach Gerste reingesät. So sieht sowas aus. Hoch effizient, einfach, erfolgreich. Hier sieht man mal ein Ausfallhydrate. Hier steht mal eins oder so. Aber die Zwischenfrucht, die macht ruck ruck zu und dann ist die Fläche dicht. Ja, also auch unter trockenen Bedingungen einfach machen, funktioniert. So, wir sind ja heute hier in Regensburg und Herr Rösel und ich, wir kennen uns noch nicht so lange. Und ich lebe immer nach dem Motto Trau, schau wem. Ja, man kann mir immer viel erzählen. Ich sage, okay, Versuch, mach klug. Herr Rösel, ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Was Sie mir erzählen, klingt interessant und er ist ja auch ein interessanter Mann, hat es ja eben doch bewiesen. Und dann hat er mir freundlicherweise seine Produkte zur Verfügung gestellt. Also reines Leonardit, Kompost aus Regensburg und Kompost aus Leipzig. Wir haben da noch eins draufgesetzt. Wir arbeiten da noch mit Huminsäuren und mit Schwarzwasser, also Inva-Quarz, was also auch hochinteressant ist. Wir haben da also in den letzten Jahren verrückte Versuchsergebnisse erzielt und haben jetzt hier mal einen kleinen, ich will es mal randomisierten, es sind nur zwei Wiederholungen, also eher ein Anbauvergleich, haben wir mal ins Feld gestellt. Wir haben 800 Kilogramm Leonardit ausgebracht und wir haben jeweils 10 Tonnen Kompost. Wir haben 100 Milliliter Huminsäuren, vorrangig sind das also Produkte, die aus Russland kommen und wir haben dann Inva-Quarz 500 Milliliter pro Hektar ausgebracht. Dann ist vom Prinzip ja eine Zwischenfrucht ausgesät worden, die wächst dann so vor sich hin und wächst und wächst. Am 10.11. sieht man schon den ersten Frostschahn und am 10.11., nachdem der Frost da drin war, haben wir das Ganze runtergewalzt. So, und das ist genau der Punkt. Die liegt jetzt hier, ja, schön zerkleinert. Hier sehen wir so einen Rettich, der ist kaputt, der geht jetzt kaputt, bei 5, 6 Grad Minus geht jetzt alles zum Herrn. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen gucken, ist dieses Leonadit im Vergleich zu den Komposten und den anderen beiden Produkten möglicherweise, ist es möglicherweise im Weg, eine Flächenfermentation hinzubekommen, sprich eine Imitation von Thera Preta. Das ist also der Gedanke, der Hintergrund. Ist es möglich oder nicht? Und das werden wir jetzt sehen. Wie gesagt, der Versuch ist erstmal für die nächsten drei Jahre angelegt. Und dann gehe ich in Rente. Was danach passiert, müssen wir dann sehen. Also, das müssen wir dann sehen. Aber wir werden dann mit den ersten Ergebnissen im nächsten Jahr um die Ecke kommen, wenn dann schon was zu sehen ist. Im Pflanzenbestand, das ist die frohe Botschaft, war nichts zu sehen. Das heißt, wir haben keine negativen Einflüsse gesehen. dieser hohen Mengen an Leonardit, 800 Kilo ist ja schon eine Hausnummer und auch nicht der hohen Mengen an Kompost. Also, das war schon mal sehr, sehr gut. Wobei die Zwischenfrucht natürlich dies Jahr aufgrund der Trockenheit nicht sehr üppig gewachsen ist, aber sie erfüllt definitiv ihren Zweck. Ziel ist es, genau das zu erreichen. Hier mal der Einsatz von Kompost. Welche Wirkung haben wir? Und wir sehen, dass wir doch mit hoher Wahrscheinlichkeit, nämlich mit 85 Prozent der Wahrscheinlichkeit, die Chance haben, den Kohlenstoff aus dem Kompost im Boden zu binden, wenn wir ihn dauerhaft einsetzen. Und das war so der Gedanke. Vielleicht kriegen wir das auf diese Art und Weise noch schneller hin, wenn wir es also über die Oberfläche machen. Ich bin also ein Mensch, der unwahrscheinlich gerne über die Oberfläche arbeitet. Und Sepp Hegler, da bin ich ja total bei ihm. Diese kleineren Mengen, Calcium, immer Calcium von oben, auf den Raps oder auf andere, gehört immer etwas Calcium oben drauf. Immer. Und wenn der Bodenzustand gut ist, dann mache ich ihn plus 200 Kilo. Aber es muss was rauf, damit die Pflanzen, die jungen Pflanzen, immer eine gute Calciumversorgung haben. Extrem wichtig in der Jugend. Wir denken mal, Phosphor für die Jugendentwicklung, Calcium ist extrem wichtig. So, die Bodenbiologie und die Pflanzenernährung sind im hohen Maße vom Krümel abhängig. Die Krübelbildung ist wiederum von der Wurzelintensität abhängig. Das ist also bedingt, das eine bedingt das andere. Und die Hauptaufgabe an der Stelle von Zwischenfrüchten und Untersaaten ist die Abgabe eben von Wurzelausscheidung. Und da ist alles drin, da ist Kohlenstoff drin, Energie, Enzyme, Vitamine, Säuren, Mineralien, alles drin. Und mein Lieblingswort, Maximierung der Jahresnetto-Photosyntheseleistung oder der Jahresnetto-Primärproduktion auf meiner Fläche. Dafür kriege ich ja nicht immer Geld, aber irgendwann kriege ich das Verzinst. Man kann es auch schön machen und sagt, hier blüht die Bodenfruchtbarkeit. So eine Sonnenblume ist zwar nicht gut für den Boden, wie wir heute gelernt haben, ist aber schön für die Landschaft und gut fürs Herz. Die Menschen erfreuen sich daran. Und wenn da welche reingehen und mal welche rausschneiden, sollte sich der Landwirt darüber freuen. Das ist der Kontakt zu unserem Verbraucher. Wir haben noch eins gelernt. Leider viele öffentliche Einrichtungen bis hin zur Forschung nicht. Da wird immer Biomasse, Biomasse, Biomasse. Wir haben eins gelernt, das da oben ist interessant. Jetzt stürzt alles ab hier. Ich freue mich, ich muss meinen Kopf ein bisschen vornehmen. Biomasse ist interessant schon. Ja, kann bunt sein, aber was viel wichtiger ist, was passiert hier unten? Wurzelintensität, Leistung der Wurzeln, das heißt, welche Ausscheidung füttert welche Biologie. Das ist viel interessanter. Und da laufen jetzt extrem viele Forschungsprojekte. Wir haben Bonarets abbekommen als DSV, machen wir mit Riesdorf zusammen. Also ist ein, wenn man so will, ein Gemeinschaftsprojekt, Triesdorf, Hannover und DSV. Und Bonarets heißt, wohnen als nachhaltige Ressource, sind 30 Millionen ausgelobt, sind sechs Projekte, glaube ich, hier nehme ich. Eins davon haben wir. Es läuft über neun Jahre und wir machen in diesen neun Jahren genau das. Wir gucken, was passiert hier unten. Wir haben auch noch andere Projekte, die außerhalb von Bonarets laufen. Hier zum Beispiel in Tachenhausen. Hier eine E-Mail an unseren Mitarbeiter dort, von Frau Prof. Peck-Grun, schon mal einen Jahresbericht und so weiter. Projektstandort. Es sind teilweise sehr interessante Dinge zum Vorschein gekommen. Bereits im zweiten Jahr waren die Varianten mit Zwischenfruchtanbau deutlich niedrige Fusarium-Toxinenbelastungen feststellbar. Dies deutet auf nicht unerhebliche phytosanitäre Effekte hin. Es geht ja immer darum, was kostet denn eine Zwischenfrucht? Ja, so teuer, so teuer. Die Effekte, die wir da nutzen, die sind doch genial. Hier brauche ich vielleicht gar keinen Stangenschutz mehr einsetzen. Darum geht es doch. In Bayer, in Berlin, hat diesen Zwischenruf gemacht, nämlich Prof. Isermeyer, Bodenfruchtbarkeit ist die Menge an organischer Substanz und Nährstoffen, die ich dem Boden zuführen muss, um das Bodenlehen komplett zu ernähren. Total irre. Wer ist denn alles Tierproduzent hier? Hand hoch mal. Tierproduzent, alle Hand hoch. So, alle, die jetzt die Hand hier hoch machen, wissen genau, wie viel Kilogramm Futter sie pro Tier einen Tag brauchen, 365 Tage im Jahr. Das ist meine Menge. Wer kennt sein Bodenleben? Hand hoch. Seine Menge Bodenleben. Das ist unser Problem. Ja, das ist unser Problem. Wir kennen es nicht. Und das ist ja die spannende Frage, das mal zu erfahren, was ist da unten überhaupt los unter unseren Füßen. Wie müssen wir das füttern? Ja, so, ich mach mal, ich hab jetzt die Uhr gekriegt hier, ja, fünf Minuten. So, was können Zwischenfrüchte? Hier zum Beispiel bei Tabakreddol-Virus-Befall Reduzierung in Kartoffeln. Lupine, höchste Reduzierung, Ölrettich, zweithöchste und so weiter und so weiter. Hier müsste man sich überlegen, ob man diese Zwischenfrüchte dann noch einsetzt. Ja, Herr Simmel weiß nicht, wie sich jetzt die Winterrübse bei Ihnen so macht, aber ich würde es nicht machen, sage ich ganz ehrlich, aber ist egal. Drahtwurmbefall. Wer ist gut gegen Drahtwurm? Sommerweizen nicht, Grünbrache nicht, Buschbohnen, Körnererbsen, Ackerbohnen. Ja, also, wir reden ja immer über Probleme, ja, Probleme, warum haben wir die, wo sind die Lösungen? So, oder Schwarzweinigkeit, ja, Vorfruchtwirkungen, natürlich, die Getreidearten sind ungeeignet, aber hier vorne, Hafer, Sonnenblume, Bohne, Erbse, krass, vielleicht hier noch Raps und Rübsen, oder Rüben, Rüben, nee, Rüben sind das nicht. So, alles andere ist natürlich dann schon nicht sehr hilfreich. Also, ich kann mir da schon Gedanken machen, welche Probleme habe ich, wie kann ich es lösen? So, dann haben wir mal Folgendes gemacht, Vergleich zur Schwarzbrache und einer Kartoffelmischung, das ist also eine Zwischenfrucht, speziell entwickelt zu Kartoffeln, also das Optimum für die Kartoffeln. Krankheitsresistenz, ja, deutliche Verbesserung, Nährstoffausnutzung, deutliche Verbesserung, das ist eine australische Methode, ja, da wird also über die mikrobielle Betrachtung, werden dann also diese Tachometer da erstellt. So, Trockenheitsresistenz, ja, also Zwischenfrüchte sorgen dafür, dass die Kartoffel sogar trockenresistenter ist. Also, deutliche Verbesserung mit Zwischenfrucht, mit einer entsprechenden Zwischenfrucht. Andere Geschichte, Nematoden, Wie kille ich Nematoden? Die Frage, ja, was müssen wir machen, was dürfen wir jetzt nicht? Wenn man da so manchmal etwas liest, gar nicht so weit weg von hier, gibt es alle 14 Tage eine Schrift, dann dürften wir gar nichts mehr machen als Landwirte. Dann müssten wir einen Brenner nehmen, den Boden sterilisieren, und wir dürften nichts mehr machen. Das geht nicht, das nicht, das fördert das, das fördert das, das fördert das. Nein, ganz anders. Brache, Ausgangssituation, das sind praktisch saprophage Nematonen, das sind also nützliche Nematonen im Boden. Ja, hier Senf, ein Nematonenresistenter, das ist eine Nematonenresistente Kartoffel- und Rübenmischung, dann haben wir eine normale, nicht-Nematonenresistente Mischung, und hier haben wir eben, die wir schon eben gesehen haben, die Kartoffelmischung. Wir haben eine Verdopplung der saprophagen Nematoden bei der Kartoffelmischung. Das ist doch toll. Ja, das heißt nicht immer gucken, wo ist mein Mittel dagegen, sondern wo ist denn mein Mittel dafür? Ja, 95 Prozent all dessen, was im Boden kreucht und fleucht, ist positiv zu sehen. In kranken Böden kann sich das umkehren. Ja, deswegen, andere Lösungen müssen her, und da laufen dann Projekte, wie hier in Wissl-Hübe, auf einem total kaputten Kartoffelstandort, Kartoffel, Rübe, völlig kaputt, wir haben Bodenprofil versucht auszuheben. Ja, wir hätten also schweres Gerät einsetzen müssen. Wir sind auf 40, 50 Zentimeter gekommen, und dann haben wir aufgegeben. Da unten war es so hart, so knüppeldicht, es ging nicht mehr. So, haben wir gesagt, es nutzt nichts, wir müssen mit diesem Versuch leben und auf diesem Standort, er ist degradiert und wir müssen gucken, was können wir machen. Masterarbeit, die ist jetzt gerade fertig, noch nicht verteidigt, deswegen nur ganz kurz. Hier haben wir unsere Kontrolle, ja, das ist also die hier, und hier haben wir die einzelnen Versuchsglieder. Blau ist die Ausgangssituation, zwar haben wir hier die PLFA gemessen, das ist die biologische Aktivität, die abgebildet wird über Fettsäuremuster, die kann man den Bakterien und Pilzen zuordnen, und wir sehen, dass wir also hier teilweise signifikante Unterschiede haben, wir haben eine relativ hohe Streuung, aber wir haben teilweise signifikante Unterschiede gegenüber der Nullparzelle. Selbst nach ein paar Wochen nur, wenn man so will, auf einem kaputten Standort, ja, im ersten Jahr, das ist schon, das ist für mich schon ein sehr, sehr guter Erfolg. Ja, wir sehen ja, dass die Schwarzbrache hier so gut wie gar nicht reagiert. Hier haben wir ein großes Fragezeichen, wissen wir noch nicht, hängt wahrscheinlich mit den multiresistenten Sorten zusammen, wissen wir noch nicht, aber da bleiben wir auf alle Fälle dran. Gut, zum Schluss noch ein Versuch von Albrecht, Albrecht ist die Grundlage für Kinsey, der Vater des Kinsey-Systems, Kinsey hat das übernommen. Und hier sehen wir Futterstapel, ein Futterstapel, der ist sehr gut mit Nährstoffen versorgt, steht an der unattraktivsten Stelle auf der Koppel, der andere ist schlecht versorgt und dort ist die Wasserstelle und dort ist eigentlich die attraktivste Stelle der Koppel. Die Tiere sind hier runtergelaufen, zum Fressen sind dann erst wieder hier hoch. Das heißt also, die Tiere haben sich erst mal das Futter mit der besseren Mineralstoffzusammensetzung genommen. Das gleiche kann man im Feldversuch zeigen, anhand von anderen Tieren. Hier ein statischer Versuch, 80 Jahre in diesem Jahr gefeiert, in Tyro von der Humboldt-Uni Berlin. Statisch heißt, hier ist 80 Jahre immer das gleiche gemacht worden. Hier sehen wir ungedüngte Varianten, hier sehen wir gedüngte Varianten, 80 Jahre ungedüngt, Kartoffel danach angebaut. Prüfblit 1, ungedüngt. Was sehen wir? Kartoffelkäfer. Prüfblit 2, 300 Deziton Staldung, 80 Jahre lang. Was sehen wir? Ein paar Kartoffelkäfer, aber nicht mehr so viel. Prüfblit 3, NPK plus Kalk, wobei das hier für mich entscheidend ist, nicht das. 300 Deziton Staldung, wir sehen die Kartoffeln schon im Hintergrund. Ja, das sind sie, ich zeige sie extra nochmal. Und dann fotografieren wir mal rein, keine Kartoffelkäfer. Ups, sind die Kartoffelkäfer, die sind blöd. Was will ich damit sagen? Wer Schadinsekten auf seiner Fläche hat, wer Pilze, Schadpilze auf seiner Fläche hat, der muss sich über die Ursachen Gedanken machen. Schuld sind nicht die Insekten, die man hier sehen kann. Die haben Flügel und können fliegen. Warum gehen die nicht zur besten Kartoffel, die am besten versorgt ist? Nein, die gehen zum Schwächsten. Das sind Schwächeparasiten, wie unsere Pilze auch. Wenn wir Stoffwechselstörungen haben, wenn also Kohlenhydrate nicht schnell genug verstoffwechselt werden können, dann kommen die Insekten. haben wir Störungen in der Eiweißsynthese, da kommen die Pilze. So, und auch Landwirte, Ups, hier, Franz Brunner habe ich schon erwähnt, der fährt jetzt sein Material hier raus auf seine Kartoffeln. Sein Lehrling, so hat er zumindest gesagt, fährt hier den Damm an. Und was sehen wir da? Da, wo die Wurzel geschädigt ist, wo die Stoffwechselprodukte nicht mehr über die Wurzel abgeführt können, die sogenannte Exudate, gibt es einen Stau. Das heißt, bis hin zur Melaninbildung, die Wurzeln färben schwarz. Der Pflanzenschutzberater würde sagen, ja, die Cilium muss spritzen oder so, weil es sowieso nicht geht. So, aber diesen Bereich haben sich die Kartoffelkäfer rausgesiegt. Hier sind keine. Danke für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Christoph Beigentreu, ich könnte noch eine Stunde zuhören. Und ich denke, ich spreche in Ihrem Namen, er hat den Norden hier im Süden würdig vertreten. Gibt es Fragen? Ich war noch gar nicht fertig. Der Vortrag war so eindrücklich, aber ich denke, dass es sicherlich die eine oder andere Frage noch geben könnte. Ich habe festgestellt, ganz gleich, wo ich kaufe, Kleegras oder reines Ackergras, ob das Wiesenschwingel ist, Lischgras ist, ob das Weilergras ist, jedenfalls bekomme ich kein amtverfreies Saatgut mehr zu kaufen. Warum setzt man sich nicht durch? EG-Norm ist klar, die erlaubt ist, aber ich als Ökobauer, ich sehe doch nicht ein Ungarn. Kann man so nicht stehen lassen. Ich würde mal so sagen, wenn man ein amtverfreies Saatgut haben möchte, den Saatguthändler seines Vertrauens wählen. Also, das muss man so sagen. oder nach österreichischer oder schweizer Normfragen. Probier alles schon. Probier. Ja, das ist so. Ja, aber der Ampfer, wer produziert den Ampfer? Den produziert der Landwirt, der die Vermehrungsfläche zu stehen hat. Wer produziert den Ampfer? Und das Problem ist, den großen Ampfer, zum Beispiel Krausenampfer, den sehe ich oder den Stumpfler drin, den sehe ich als Landwirt, den kann ich ausstechen, dann habe ich meine Fläche sauber. Aber den kleinen Sauerampfer, den sehe ich nachher in einem Klee oder in einem Gras, sehe ich den nachher nicht mehr. Den sieht auch der Anerkennner teilweise nicht. Dann landet der praktisch dann auf dem Speicher der entsprechenden aufbereitenden Firma. Und dann gibt es noch eine einzige Möglichkeit, die man hat, und zwar eine sogenannte Ampfermaschine einzusetzen. Ja, also wir haben die am Standort bei uns. In Lüttwitz ist ja die gesamte Ökosaatgutproduktion und die läuft bei uns Tag und Nacht. Und die läuft auch manchmal, wo gar kein Ampfer drin ist. Das heißt, Klee geht bei uns generell über die Ampfermaschine. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist keine 100%-Garantie. Aber ich sage mal, eine 99,9%-Garantie. Ja, wir haben aber hier heute einen Spezialisten und Herr Amahle wird ja gleich da noch einen Aufruf starten. Wir haben heute hier einen Spezialisten, Rudi Barth. Rudi Barth. Wo ist er? Wo sitzt er? Wo sitzt Rudi? Da ist er. Rudi ist ein Ökolandwirt, der es fertigbringt, wirklich den Ampfer innerhalb kürzester Zeit von seiner Fläche zu verbannen. Und zwar für immer. Ich habe mich selber davon überzeugen dürfen, mit einigen Landwirten, die heute hier auch noch im Raum sitzen. Rudi, vielleicht sagst du mal kurz, wie du es machst. Ja, verbannt, will ich jetzt nicht sagen. Man wird dem halbwegs oder fast her. Also ich habe das System, ich tue halt den Ampfer 50 cm schneiden und dann den Kopf von der Erde befreien und von der Sonne trocken wegen lassen. Und die Sonne kann meistens mehr auf jede Maschine und jedes Panzerschutzmittel. Und so, da braucht man natürlich die richtigen Geräte, die man flach schneiden können. Das ist das Prinzip, wo man vor 100 Jahren und dann zurück immer gemacht hat mit der scharfen Schneide, flach schneiden und dann trockenlegen. Das ist ein ganzer Ursprinzip, was das ist in den letzten Jahren verloren gegangen oder vergessen worden. Gibt es noch eine Frage? Dann bedanken wir uns sehr herzlich, Herr Folgentreu. Es gibt ganz zum Ende nochmal dass er Vielen Dank.